Nach langer Zeit ist es mal wieder eine Zeit für ein neues, komm ins Gym, wir müssen reden. Jetzt geht's nach Lüneburg, ab zu Marcel. Es wird ein bisschen trainiert, in einer Garage und ein bisschen gequatscht. Viel Spaß mit dem Video. Moins ihr Lieben und willkommen zum neuen Video. Ich bin hier bei Marcel in Lüneburg, hatte ich ja schon angekündigt und wir haben eben ein bisschen trainiert. Das seht ihr jetzt gleich und dann im Anschluss werde ich dem Marcel noch ein paar Fragen stellen und ich würde sagen, viel Spaß mit den Trainingsszenen und bis gleich. Ich bin hier bei Marcel. Bis zum nächsten Mal. So, da sind wir wieder zurück bei Marcel in der Garage und ich habe auf Instagram ein paar Fragen gesammelt, da habt ihr mir ein paar Fragen gestellt, die werden wir gleich durchgehen, aber ich würde erstmal sagen, für diejenigen, die dich nicht kennen, stell dich da gleich doch erstmal ein bisschen vor. Erzähl mal, was du bisher so sporttechnisch für eine Geschichte hast und dann gucken wir mal, was wir noch so für Fragen haben. Ja, sehr gerne. Mein guten Kollegen Viktor, Viktor Beilmann, ehemaliger Kaderathlet, kennengelernt. Mit dem hat er viel Sport gemacht. Unsere erste Gruppierung hat angefangen, Solze die Babel. Das ist ein sehr geiler Name, finde ich. Ja, hat was, ne? Ja. Ja, angefangen damals wollte ich eigentlich auch erst einen Bodybuilding-Wettkampf machen, die Physik haben, aber da merkt man dann doch relativ schnell, das dauert ja doch ein bisschen länger. Das kann man ja nicht mal eben in einem Jahr alles zustande bringen, gerade die Hypertrophie. Und so bin ich dann doch relativ schnell durch Facebook-Gruppen halt auf Kraftdreikampf getroffen. Dann eben halt, wie gesagt, auch Viktor ja noch. Und ja, mit der Zeit dann einfach nur noch trainiert, stärker geworden. Und tatsächlich dann irgendwann aus Jux und Dallerei und auch aus verletzungstechnischen Gründen einfach eine Diät angefangen. 2017 ist das dann so weit gegangen, dass ich da tatsächlich einen Bodybuilding-Wettkampf gemacht habe. Und ja, seitdem irgendwie so ein bisschen zweigleisig immer. So ein bisschen auf Körperkonstitutionen achten. Den Verein noch gegründet, Solze die Babel zu Schwerathletik Lüneburg umformiert. Mit dem Ziel halt in Lüneburg etwas Anständiges etablieren zu können und den Wettkampfsport ein bisschen voranzutreiben. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Also gerade über den Verein. Wir haben ja auch von Schwerathletik Lüneburg, habe ich auch schon ein paar Mal in den Videos erwähnt. Und darüber sind wir auch in Kontakt gekommen. Wir kennen uns zwar schon länger, aber darüber jetzt natürlich auch. Und ja, wir möchten natürlich auch gerade hier in Norddeutschland das so ein bisschen voranbringen, das Thema. Erzähl ruhig mal so ein bisschen zum Verein. Wie läuft das? Wie seid ihr so auf die Idee gekommen? Und wie ist da so aktuell euer Stand? Ja, wie gesagt, anfangs eben Solze die Babel war eigentlich nur Viktor, noch ein Kumpel, mein Nachbar, unternehmend halt ich. Wollten halt einfach aus Jux und Dollerei, wie viele auch, einfach YouTube-Channel irgendwie starten, ein paar Videos machen. Haben Viktors Vorbereitung damals zur Europameisterschaft und Weltmeisterschaft immer gefilmt, das hochgeladen und festgehalten. Und da war auch schon das Ziel. Es gab halt wirklich nur McFit hier bei uns. Also ist im Grunde immer noch das einzig, ich war hier bei uns. Und da war ja auch schon der Traum, dass man irgendwie eine eigene Trainingshalle irgendwie erschaffen könnte. Ja, waren wir halt alle noch Anfang 20, sogar noch unter 20. Viktor war bei den Jugendlichen noch damals gestartet. Und so wurden das immer mehr im Studio, immer mehr Kumpels und waren halt eine kleine Gruppe. Theoretisch damals auch schon genug für einen Verein, einen gemeinnützigen Verein. Aber so weit hat man dann doch nicht gedacht. Und dann habe ich selber hier in Lüneburg mit einem Studium angefangen, Wirtschaftsrecht. Dann kriegt man ja so ein bisschen mit. Und dann war es tatsächlich auch das Semester, wo ich halt mit den Gesellschaftsformen zu tun hatte. Dass ich mir letzten Endes dann dachte, komm, ich suche mir für einen eingetragenen Verein, brauchst sieben Leute. Die suche ich mir zusammen. Und dann machen wir das einfach mal. Irgendwann muss mal irgendwas gestartet werden. Ja, und dann war das 2019, beziehungsweise Ende 2018, wo wir das so langsam angefangen haben, wo ich mich dann einfach mal hingesetzt habe, eine Satzung geschrieben habe, die Leute zusammen getrommelt haben und uns als Ziel vorgenommen haben. Ziele sind immer wichtig, sonst klappt das nie. Für die Landesmeisterschaft 2019 mit dem Schwer-Atleti Lüneburg dann antreten zu können. Vor allem, weil wir vorher auf einer DM waren in Randersacker. Ja, Junioren- und Jugend-DM. Und da sind wir noch für den FSV Saarstedt gestartet. Auch ein super Verein. Aber für uns halt örtlich, das ist halt in Hannover, südlich Hannover, Lüneburg doch eine ganz schöne Strecke. Und wir fanden es dann so ein bisschen schade, dass wir dann so die einzigen, obwohl wir aus Lüneburg sind, dann für FSV Saarstedt dann antreten. Und hatten uns dann vorgestellt, wie das dann wäre, wenn man Lüneburg einfach erwähnen würde. Unsere Identität zur Stadt einfach ein bisschen wahren. Ja, und dann haben wir es einfach mal umgesetzt und einfach mal gemacht. So wie das meiste der Problem noch klappt, ne? Ja, auf jeden Fall sehr cool. Was habt ihr so, ich sag mal, was sind so jetzt die nächsten Schritte und was habt ihr so für allgemeine Ziele mit dem Verein? Also gibt es da schon, weil du ja sagtest, Ziele sind sehr wichtig, habt ihr euch da schon irgendwie so ein bisschen was formuliert? Also ich weiß natürlich so ein bisschen, was ihr vorhabt. Aber gibt es auch noch so weitere Ziele, die ihr schon im Kopf habt, wo es hingehen soll? Ja, gerne natürlich am liebsten eine eigene Trainingsstätte. Da sind wir halt wirklich schon seit Anbeginn, von Anfang an eben halt dabei. Gerade auch, das war der Grund einfach mal die Struktur zu schaffen, weil wir oder ich primär auch dann dachte, dann wäre es vielleicht einfacher mal an irgendwelche Räumlichkeiten dann ranzukommen. Aber bei uns in der Stadt ist dann doch sehr schwierig, auch wenn man ein gemeinnütziger Verein, die finanziellen Mittel. Und das war halt bisher immer so das Ultimatum und dann auch eben Equipment einerseits, dann natürlich die Trainingsausrüstung, das hat man natürlich dann auch mal im Hinterkopf. Ja, und jetzt durch die Corona-Krise natürlich hat man mal gemerkt, wie schnell man sich doch Equipment dann anschaffen kann, wenn man mal möchte. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir bei uns im Kreise, im Verein genug Leute haben, die jetzt sich auch was angeschafft haben, sich das aufgebaut haben, dass es jetzt wirklich nur noch an einem Raum hängt. Und auch da können wir jetzt im Moment die Zeit eben halt nutzen. Die Räumlichkeiten werden wir jetzt nicht so schnell vermietet, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen können und uns in Ruhe Sachen anschauen können. Aber ja, das Passende da zu finden, da wir gerade mit dem allgemeinen Begriff der Schwerathletik, nicht nur Kraft-3-Kämpfer, sondern auch Gewichtheber ansprechen wollen. Es hat auch gerade Deckenhöhe immer ein Thema, was man so gar nicht denkt und doch viel, an was man denken muss. Aber es ist wirklich das Einzige, was jetzt eigentlich noch fehlt. Deswegen sind wir da echt mit Hochdruck dran und eigentlich auch großer Zuversicht. Auch wenn man jetzt mal von der Politik mal klare Ansagen kennen würde, wann Vereine wieder öffnen dürfen, dass man da natürlich dann auch eher motivierter ist, dann mal jetzt etwas zuzusagen, als dass man jetzt da steht. Und ich weiß nicht, wie es dann jetzt so weitergeht. Aber das ist tatsächlich der Schritt, den wir uns für dieses Jahr definitiv noch vorgenommen haben. Und ich auch der Meinung bin, dass das definitiv klappt. Und dann in Zukunft natürlich, dass wir gerade, wie du ansprachst, mit Schwerathletik Hamburg auch, den norddeutschen Raum ein bisschen vertreten, dass man dann auch in der Lage ist, mal Wettkämpfe zu machen. Dass man nicht nach Randersacker für eine DM fahren muss oder nach Chemnitz oder durchs halbe Land fährt. Durchs halbe Land, wie nach Lauchhammer noch. Alle schöne Orte, schöne Vereinsstätten, beziehungsweise große Hallen, in denen das immer stattfinden kann. Aber so möchte man in dem Fall gerne mal, so wie die norddeutsche Meisterschaft dann im Crossfit-Vechter stattfand. Das hatte schon was. Und so, dass man selber dann auch mal was Eigenes auf die Beine stellt und den Sport dadurch tatsächlich dann auch unterstützen kann. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch von uns ein klares Ziel. Wir haben ja auch letztes Jahr den Verein gegründet. Im Oktober sind ja mittlerweile auch bei 40, 50 Mitgliedern. Ich habe jetzt länger kein Update mehr gegeben, wie das so aktuell läuft. Aber auch da sind wir sehr gut vorangekommen und warten jetzt im Prinzip auch nur darauf, dass es wieder losgehen kann, dass die Studios wieder öffnen, dass die Menschen wieder trainieren können. Und dann sollte für uns eigentlich auch das Ziel sein, dass wir da irgendwie in diesem Jahr vielleicht noch eine Stätte finden und dann vielleicht hoffentlich irgendwann eine norddeutsche Meisterschaft mal ausrichten können. Das wäre natürlich schön. Gut, dann mussten wir dein Telefon entsperren, weil wir da die Fragen drauf gesammelt haben, die uns noch gestellt wurden. Und damit das hier nicht nur gesabbelt über unsere Vereine ist, was aber sicherlich und hoffentlich auch den einen oder anderen interessiert, habe ich ein paar Fragen gesammelt. Und erstmal gibt es sportliche Grüße von Cheffe Diesel, Jochen. Sprung, grüß zurück, ne? Ja. Dann eine sehr, sehr wichtige Frage, ob man dir Fanpost schicken kann. Hat ein Fanboy gefragt. Oh. Kann man? Ja, Vereinsanstalt ist bekannt. Genau, einfach an den Verein schicken. Briefe viele Herzen, da freue ich mich sehr. Wir verlinken den Verein auch in der Videobeschreibung. Dann die Frage, wann du es schaffst, endlich dauerhaft über 90 Kilo zu wiegen. Ja, habe ich ja sogar schon wieder. Also die Norddeutsche Meisterschaft, die hatte ich mir letztes Jahr 2019 vorgenommen, mal wirklich über 93 Kilo auch zu wiegen, um mal wieder ein bisschen mehr für den Sport dann auch zu opfern. weil das dann doch immer eine Aufgabe tatsächlich für mich ist mittlerweile, auch gerade mit dem Bodybuilding-Background, mit dem Hintergrund der Körperkulturistik. Da haben wir auch noch eine Frage zu übrigens. Dass man seine Ernährungsangewohnheiten ein bisschen geändert hat und sich doch nicht nur von Snickers-Riegeln dann ernähren möchte. Und bei 94 Kilo war ich dann ja schon wieder, aber dann kam eben tatsächlich wieder eine Verletzungsgeschichte dazu, dass sich das Training echt gut lief, sehr gut und scheinbar ein bisschen wieder zu viel wollte, dass eine alte Verletzung wieder aufblühte, eben gerade im Rückenbereich, Trapez, ein Nerv, der dann immer gereizt ist und ja, solange das halt immer wiederkommt, gerade weil zunehmend eben doch eine Aufgabe für mich ist und über 90 Kilo schon ein bisschen Arbeit ist, auch das zu halten. Und wenn man dann letzten Endes dann doch kein Ziel dann vor Augen hat, dann lässt man das dann doch wieder fallen und ja, deswegen hoffe ich mal, dass ich die Verletzung jetzt wieder auskurieren kann. Ich halte mich jetzt einfach mal im Protokoll, womit ich es schon mal geschafft habe und habe mich auch gut auf Zuversicht, dass ich wieder auf 94, 95 Kilo dann gehen kann und auch meine Ziele im Kraft-Dreikampf dann mal erreichen kann. Ja, das da wäre? Ja, als nächstes definitiv, ich glaube 650 total war jetzt, was ich erreicht habe, sogar unter 90 Kilo. Letztes Jahr auf der Deutschen? Nee, auf einen Insanity-Wettkampf war das dann, Insanity 2018 und Ziel wäre es echt mal 700 dann zu machen. Meine alte Beuge von 240 Kilo, die ich 2016 schon gebeugt habe mit 100 Kilo Körpergewicht, die knacken zu können in der 93 Kilo Klasse. Und auch Bankdrücken dann mal, die drei roten Scheiben 175 zu schaffen. Ja. Was hattest du letztes Jahr in der Deutschen für ein Total? Boah, da fing das ja schon an mit dem Rücken, da bin ich komplett abgeschmiert, dann auch wieder in der Vorbereitung, da bin ich auch sogar glaube ich mit abends um 8 dann mit 88 Kilo dann eingewogen, das war zum Scheitern für Urteil. Gut, dann die nächste Frage, bei so einer guten Form dauerhaft, Kalorien noch zählen oder mittlerweile instinktiv gut darin, wenn instinktiv gut darin, wie lange hast du wie ein Nerd dein Essen getrackt? Lange, zu lange, also zunehmen war dann wirklich einfach nur Süßigkeiten immer reinstopfen, zur Zeit, wo Kraft-Dreikampf wirklich das einzige Wahre war für mich, einfach nur fressen und fett werden und Tracken fing dann wieder natürlich in der Bodybuilding-Diät sehr stark an, dass es sehr genau war und dann natürlich auch ein bisschen exzessiver, ein bisschen ja reingesteigert eben, gerade weil sein Geist sich dann doch sehr ändert in so einer Diät, weil man sehr essensfokussiert ist und ja danach dann auch immer noch nicht so ganz abgekommen, aber mittlerweile, also wie gesagt seit 2014 mache ich wirklich Intensivsport und seitdem setze ich mich auch mit den Kalorien auseinander, seitdem trage ich mein Gewicht in MyFitnessPal ein. Jeden Tag? Am Anfang nicht, mittlerweile versuche ich es jeden Tag zu machen, also das ist jetzt tatsächlich das, was ich jeden Tag dann immer noch kontrolliere, ist einfach mein Körpergewicht und so ist es jetzt, dass ich einfach so die Basics, die Grundnahrungsmittel, die sich eigentlich bei mir sowieso nicht ändern, also ich esse sowieso jeden Tag fast das Gleiche, dann, also die warme Mahlzeit, die sich dann mal abwechselt, oder ich bin halt woanders, dann esse ich heute auch anders, aber solange ich zu Hause bin, ist Frühstückmittag immer das Gleiche, habe ich halt trotzdem mal eingetragen, auf Eiweiß dann geachtet, der Rest war mir dann auch egal und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich auch einfach gar nicht mehr wirklich nur Gewicht nur noch aufzähle, eintrage und weil die, wie gesagt, die Mahlzeiten größtenteils sowieso mal dieselben sind, die gleichen, dass ich das wirklich intuitiv gestalten kann und auch gerade durch den Bodybuilding-Wettkampf sehr den Unterschied zu Hunger und Appetit kennengelernt habe und danach noch lange gebraucht habe, bis mein Körper wieder auf einem hormonellen, normalen Level war, weil ich mir da auch wieder was anderes vorgenommen hatte und aber seitdem ist es tatsächlich so, dass ich wirklich nach Hungergefühl dann gehen kann, ich weiß, wann das Appetit ist, ich weiß, wann ich mal mehr essen kann und so habe ich scheinbar auch ein bisschen das Glück so der Veranlagung, dass ich halt ein sehr aktiver Mensch auch bin, mich gerne bewege und halt wirklich auch sehr sauber gerne esse, mir das angewöhnt habe und wenn man erstmal sauer ist, dann ist man auch sehr schnell satt und dann ist es auch gleich so leicht, so viele Kalorien zu essen. Ja, das ist wohl wahr. Dann würde ich sagen, stellen wir noch eine letzte Frage, die so ein bisschen darauf abzielt, dass du, glaube ich, sprachlich sehr, sehr genau bist und zwar lautet die Frage, ärgert das Marcel eigentlich, dass du Körperkulturistik in der Frage falsch geschrieben hast, ich habe nämlich in der Frage von Bodybuilding gesprochen und wir wissen alle, dass es eigentlich Körperkulturistik heißt, oder? Ja, richtig. Ne, also der körperkulturistische Begriff ist, glaube ich, soweit ich jetzt, ja, will mich nicht hundertprozentig darauf festlegen, aber ich glaube, der entstand auch erst tatsächlich in der DDR zu der Zeit auf der anderen Seite und in Westdeutschland hieß es wahrscheinlich schon immer Bodybuilding. Wahrscheinlich. Und eigentlich die Begrifflichkeiten, weil eben halt viel auch Auswanderer in Amerika dann waren, ist an dem Begriff eigentlich Bodybuilding auch nicht so viel auszusetzen. Aber es ist halt schön, mal sich der deutschen Sprache auch zu bedienen und wenn man mal überlegt, dass auch gerade in der DDR früher eigentlich alles auf Deutsch geklungen hat oder geheißen hat und jetzt eigentlich durch den Trend in Amerika so die ganzen englischen Begriffe rüberkommt, obwohl es diese Begriffe definitiv im Deutschen halt gibt, dass man dem einfach wieder so ein bisschen eine eigene Identität verschafft und einfach darauf aufmerksam macht, dass man sich gar nicht so sehr verstellen muss, einfach bei dem bleiben kann, was man schon immer gemacht hat. Cool. Super. Super. Und ja, das ist auch schön klingt, ne? Also, ein kerniger Begriff. Schwerathletik, Körperkulturistik. Schwerathletik, Körperkulturistik. Ja, Kraftheben statt Powerlifting wäre vielleicht noch etwas, was man versuchen müsste zu etablieren, das gibt es ja tatsächlich nicht. Kraftheben, weil du jetzt. Ja, hat mich dazu gebracht. Hat dazu gebracht, ja. Ja, einfach so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen Sprachgefühl dafür entwickeln, auch gerade durch mein Studium des Rechts ist doch sehr viel auf Deutsch, ne? Und so überträgt man das halt einfach auf andere Bereiche. Ja. Perfekt. Ich glaube, das reicht auch und war auch umfangreich und ausführlich genug. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Gibt es sonst irgendwas, was du noch erzählen, erwähnen möchtest? Nö, an sich nicht. Außer, weiß nicht. Falls jemand im Hüneburger Raum irgendjemanden kennt, der jemanden kennt, der Räumlichkeiten hat, immer gerne her damit. Ja, das auf jeden Fall. Oder wenn ihr aus dem Raum Lüneburg kommt und Interesse an Kraft-Dreikampf, Schrägstich Powerlifting habt, dann schreibt dem Instagram-Account von schwerathletik Lüneburg. Hauen wir auch unten in die Beschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt an dieser Stelle. Ich sage besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video. Und anstatt Peace sagen wir heute einfach mal Frieden.